da sind wir auch schon wieder weil ich gelbe ich hab da gedrückt keine ahnung was passieren wird wird noch nicht an unterfahren mit dem richter absolut sind so viele fragen und keine antworten Oh mein Gott so Oh, was, 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 was? Moment mal! Was? Was war das gerade? Stopp! Ah! Ist das fies! Seht ihr das? Da geht es runter... Und jetzt nicht mehr! Alter ist das mies! es wäre leichter hier decken zu gehen oder ja kommt noch mal ja gut so kann man speichern ich verstehe ja doch alles richtig gut okay Von hier aus getroffen mit einer Shotgun, ist das so unrealistisch? Also dass man ihn trifft schon, also nicht, aber dass er tödlich vor Unglück, wobei er ist ja gar nicht tot. Doch ist er so. Er hat nun sein Bein verloren. So. Meine Freise. Jetzt wird schon wieder alles so offen. Ich ziehe auch keine Toten vorher. Alter, wo kommt du da her? Meine Fresse. Hä? Was, hier sind überall Türen? Oh Gott. Ja, guck mal jetzt hier. Was sind wo der... Oh meine Güte. Hallo. 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 Alles war Wunden überall. Grundgütiger. Da kriegst du ja ne Macke. Können die nicht einmal sich für normale Menschen mitnehmen? Die normale Menschen aus Bodenhaltung? Goddammit. Hast du noch ne Imp? Hast du wohl Sinn im Leben? Nein. Da ist noch einer, oder? Ja. Danke. Alter. Wie ich da grad zum Kreuzfeuer war. Oh, ich guck mal gar nicht rein. Okay. So. So. Und da geht's irgendwie in Säure. Hier geht's nicht los. Nee, ist ein Fenster. Oder? Ist bloß ein Fenster hier. Auch. Hier ist ne Tür. Und da geht's noch weiter. Hier ist was Rotes, was Gelbes. Und sonst. Hier noch ein Fenster. Gut. Heißt also, ich muss entweder durch die Tür. Okay. Geht auch nicht. Gut. Dann muss ich also durch diese scheiß Säure. Och. Ich will aber nicht. Da sterbe ich doch schon wieder. Ah. Oha. Alter, ernsthaft jetzt? Ja. 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 Ein Knopf. Danke. Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Hä? Ah. Danke. Gut. Verkratzen. Das ist ne richtig schöne Verschwendung. Fuck off. Die Verschwendung war mir grad zu groß. Das war ja. Grad für 18 Punkte immer das so gern gelegt. Das war ja mal richtig nübisch. Äh. Eine Bitte. Dich nehme ich mal mit. Danke. Du bleibst da. Du bleibst da. Bleib da shit. Bleib da shit. Komm mal her. 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 Danke schön. Komm mal her. 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 Danke. Schwanzfrage. Hat das Ding jetzt auch die Tür geöffnet? Ansonsten hab ich jetzt keine Ahnung wie wir es weiter sollen. Wollte ich keine Karte. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Wollte ich keine Ahnung. So, wo was ich das hole colorful bin. Ich habe mich ziehen. Ich habe mich hier dran. Hey. Du bleibst mir verletzt. er verfolgt ich will nicht danke meine wieder da ist eine maske was er wurde ja was fach so ach so okay okay also man kann hier oben und dann das ist schon mal sehr beruhigend der schalter hingegen ist garantiert nicht beruhigend aber okay das geht noch oh dauer nicht ich kann schon viele hier so viel extra gut warm so viel extra so ein bisschen munition ein bisschen einfach ein bisschen schrot gut ansonsten ist nur bei dem hier ein schalter okay ja komm kann ich denn anderes gebrauchen ne ist nur lebt ja ne gut was ist passiert was ist passiert achso da hinten die Tür ist jetzt auch ja 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 ach achso achso ja super halt dein 3 flieb kack na komm geh holen dankeschön ok ok äh oh äh mhm komm herauf dankeschön oh 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 wann aber der willst Fuck, Alter, wie die Halbtoten schon immer so gut treffen können, diese Wichser. Die musst du wirklich echt abknallen, bis, weiß nicht, der letzte Tropfen Blut ausgetropft ist. Zum Glück kann man sich immer nur beim ersten Mal erschrecken, weil die meisten Symmetrisch kürzen, was ich nice finde, muss man einfach mal sagen. Äh, ah, ah, habe ich gerade irgendwas von Symmetrisch gesagt? Ach, ihr seid so durchschaubar. So, blauer Schlüssel. Von da kam ich, oder? Äh, ja. Da ist noch was. Hier ist was blau. Hat das was zu bedeuten? Wo muss ich jetzt hier hin? Hallo? Hallo? Oh. Sieht schon nice aus. Okay, das sieht geil aus. Das sieht nice aus. Sieht geil aus. Wo bin ich hier? Äh. Wow. Nice. Secret. Yay. Oh. Brauch ich nicht, nicht, nicht. Na doch, die könnte ich gebrauchen. Ich hätt dich auch mal auf. Yay. Merken. Muss ich mir ganz gut merken. Hier geht's auch weiter. Ah. Ah, okay. Das ist das, wo ich vorhin... Wuaah. What the fuck? What the scheiße. Weg hier. Mach ab hier. Ey, ich mach weg hier. Tschüss. Am Auto auf hier. Achso. Holy cow. Komm her. Noch mehr? Ah. Ha. Ha, 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 ha. Okay. Was ist das? Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Was? Wow. Alter. Gibt's doch gar nichts. Fuck you. Wua. Nein, ich bin. Was denn? Scheiße. Hissen. Wah. Wah. Alter. Lecko mio. Hier ist blau. Ah, geht's doch. Oh. Ah. Oh. Oh, ich bin der Wach. Ich bin der Wach. Uh. Oh, ich bin der Wach. Oh. 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 Okay, interessant. Da ist eine blöde Mummel. Oh, komm her! So, die gelbe Karte haben wir schon mal. Oh nein, 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 nein! Okay. Geht ja. Ha! Hat er fast gar nicht so getan. Komm mal da rein. Ja, von der anderen Seite aus. Interessant. Äh, nein, ich muss da lang, da lang. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hallo? Da, genau. So, hier war ein Schalter. Achso, die Lampe. Okay. Ich muss jetzt wieder zurück. Achso, ich muss jetzt wieder zurück. Achso, ich muss jetzt wieder zurück. Achso, ich muss jetzt wieder zurück. Ach, ich hasse Säure. Die tut immer so weg. Warum bist du eine hauptfeuchtliche Sonne? Äh, Säure. Einfach mal so Säure mit Hautschutzfaktor 20. 20.000. So, das brauchen wir immer noch. Ah, haben wir gar nicht mehr. Okay, jetzt haben wir... Da ist dahinten das Geld. Das stimmt doch mal. Boah, Alter. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Das stimmt doch mal. Boah, Alter. Danke. Meine Fresse. Ohaah. Hier wird scharf geschossen. Ah. Uah. Oh, 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 oh. Äh. Äh, von hier komme ich. Hier muss ich hin? Denke ich jetzt einfach mal. Wow. Was ist das hier? Oh. Äh. Was mache ich zuerst? Das hier. Knallt euch alle gegenseitig ab. Das macht keine Regulation. Oha. Ähm. Genau. Von wo kann man sich das... Mh. Oha. Oh, Alter. Boah. Boah. Immer dieser Blümse aus dem Hintergrund hier. Ich mach auch noch mal. Hm. Wow. So. Na komm. Ja, hast du. Wollt er nicht. Gut. Dann können wir zumindest... Ist ja einer, was man jetzt aufgeräumt hat. Mal hier und so rum lang gehen. Ja. Boah. Boah. Einen, leute. Ich hab noch elf Leben. Wo ist denn der? Dankeschön. Gibt es noch ein paar Midi-Cats? Eher dann Midi-Cat.org? Nee, gibt es auch bloß gestöhnen. Kremt aber nicht, er ist sehr erotisch. Alter, 23-Stimmen ist das ein Witz. Ah, dankeschön. So. Oh, ist der Zug. Hat sich ja voll gelohnt. Gut, also doch einfach hier lang gehen. So, hier haben wir, da ist ein Schalter, hier ist gar nichts. Hier ist auch noch ein Schalter. Und Berüstung. Und Yay! Und Leben! Meine Fräse mit Käse und Anschubis. Und Lachen. Hä? Was hat sich jetzt getan? Ah! Ah! Nee, ich bleib lieber hier. Ach! Dass da immer Ausflug umrennen muss. Was? Oh nö, ich bin schon wieder tot. Leute! Wenn ihr schon keinen Respekt habt, dann tut mir das nicht so, als wenn ihr es jetzt hättet. Welchen hätte. Come damn it! Waaah! Faktisch! 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 So, jetzt haben wir etwas bekommen. Den roten Schlüssel. gut ok ok soo gut oh ha oh god oh 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 wow 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 gut hallo mother fucker ich bleib jetzt mal hier unten ob das so eine falle ist was was Ah, ok. Da hat sich so Schalter aufgetan. Hat er sich. Ich will da nichts die Dinger holen, aber ich habe dafür zu wenig Leben. Ne, das kriege ich nicht. Oh, komm mal her. Dankeschön. Habe ich schon gesagt, dass ich so gespeichere? Ich habe aber auch nur noch Scheiße, wenn ich lebe, ey. Achso, bitte. Äh, bitte nicht, nein. Nein, bitte. Waa. Waa. Bäh? Warte, auf einer Seite Monster? Was hat das für einen Sinn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Alter, ernsthaft jetzt? Ah, ah. Nein, ich will nicht mehr. Ey, ihr habt keinen Bock mehr. Warte, eure Scheiterleine hier. Herz auf dir. Alter, Leute. Geht's ja mal gut. Oh, Alter. Gott dammit. Kommt jetzt noch mehr, oder was? Ich habe keinen Bock mehr, bin ich nach Hause. Ich muss meine Mami. Gut, das war's. So. So. Also, guck mal, ob ich Teleporter sind. Achso, hier ist noch ein Schuss wieder. Äh. Ja, bin's. Oh. Nee, lohnt sich nicht. Oh. Alter, ich hasse dich. Dich und dein Arschgesicht. Ah, hier bin ich jetzt. Interessant. Und hier bin ich jetzt unten. Okay. Gut, jetzt waren wir gerade in dem Teleporter drinnen. Genau, war der Mittagsschritt. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Oh mein Gott, nice. Wo war das jetzt gerade? Da hinten, okay. Gut, ich muss also da hin. Da ist rüber hin. Ne, rüber nicht hin. Doch, hier. Ah, komm mal rein. Oh nein, pass. Schneller. So, links nach da, dann nach da, dann nach. Dunten. Oha. 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 Da unten sind ich wieder so viele Gegner. Ich will da nicht hin. Oh. Oha. So viel zu dem Thema. Da unten sind so viele Gegner. Oha. Tückst du mal? Ernsthaft? Okay. So, dann haben wir wirklich hier. Was ist das? Ich glaube schon, dass viele Räume hier haben. Wo geht's hier? Oha. Meine Güte. Are you crazy? Ach, oh, wieder hier. Äh, wir sind wieder am Anfang. Oh, leck mich doch. Nääääh. Los, mach hin. Even now, ne? Dankeschön. Äh, ja genau. Ah. Können wir nicht auch... Oha, lang gehen? Äh, nein. Da. Jetzt reicht's mir langsam. Hm. 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 Ja. Nee, bin nicht. Nein, bleibe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und Dankeschön. Äh. Kann ich das hier losnehmen? Oh. Er geht sein können. Wir haben gerade mal eins von fünf Secrets. Das ist ein Witz. Achso, wir haben gerade einen... Hier kann der Secrets sein. Hier ist aber nicht. Hm. Oh, gut. Oh mein goodness. Das ist doch jetzt mit 50, oder? So habe ich es gerne. Schreit alle. Schreit alle. Schreit alle. Schreit. 20 Gegner. Los. Oh. Okay, hier ist auch noch eine Treppe, so ein Paketstation hier. Ich muss schon sagen, sieht nicht schlecht aus. So, das ganze jetzt hier für sinnvolle Sachen, außer gar nichts und Kartoffelbrei. Achso, ich lese den einfach so gerne. Ah, okay. Achso, von hier komme ich ab. Ich schiebe es noch weiter. Ah, okay. Ah, ah. Alter, hier sind echt alle Wege nach oben. Ah, komm. Warum nicht? Äh. Hä? Achso. Na komm. Achso. 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 Na komm. Bah, wir doch gehen müssen, wenn ich ein Blitje innehren. Wow, interessant, da gibt es noch nichts, was ist hier so, auch nichts, ok, hier auch nicht so unbedingt spannend, aha, ah, nice, wieso habe ich die Wege für nicht gefunden, also heute schon bin ich voll, Ok, was kann ich noch nicht gebrauchen, aber wo geht es denn da weiter ja hä? Wollt grad sagen, das ändert mich. Oh. Interessant. Interessant. Ich glaube, ich hab mein Sinn von Humor wieder gefunden. So, das ist ja wahrscheinlich. Was ist das denn? Achso, das ist, ja, das ist das ruhig. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert war. Äh. Äh. Bitte fixen. Ja, ich bin, oh Gott. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Ach nee, ich hab... Nee. Momentchen mal, Momentchen mal. Ja, ich hab einfach nur die Waffe gefallen. Oh Gott, ist das buggy. Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Habe ich gespeichert? Ah. Diese Hände hier... Oh, sag ich was anderes. Das hier, was ich jetzt grad habe, diese Hände mit diesen Dingern, ist praktisch ne Waffe. Und die kann ich genauso wie jede andere Waffe droppen. Halt also, ich hab immer noch meine Form, nur halt jetzt mit normalen Waffen. Die ich auch gar nicht wechseln kann. Hä? Das macht sooo many sense. I have a sensitivity of a quality. Und alle wieder aufgedammelt. Obwohl ich gar nicht wahr. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn. Also total buggy. Lass ich lieber. Lass ich lieber sein. Was ist das hier? Achso. Achso. Andere Weg geht gar nicht. Gut. Heißt also, das hat mich grad gar nicht gebracht. Was mach ich denn hier? Da geht die Treppe hoch. Das sieht man da. Locker. Wo muss ich denn jetzt hin? Also ich hab jetzt alle drei Karten. Das heißt also, ich kann eigentlich überall hin. Ah, hier unten. Okay. Da muss ich hin. Und es fehlen auch bloß noch drei Gegner. Das heißt also, allzu viel ist gar nicht mehr. Gut. Die ersten davon haben wir bereits gefunden. Gut. Okay. Heißt also, das Level ist an sich beendet. Dann suche ich nochmal diese blaue Perle und die blaue Rüstung. Und dann würde ich mal sagen, was ist das mit dem Level, ne? Und wenn ich die Sachen noch finde. Scheiße. Äh. Hä? Da unten fielte. Hier fehlt, äh. Hier fehlt noch alles. Da muss ich mal nochmal ein bisschen genauer hingehen. Äh. Nachhaken. Das würde mich ja schon doch mal interessieren. Achso, eben. Das war ja sogar der Bereich hier mit den blauen. Mit den Sachen. Ah, hier war erstmal nichts. So. Okay. Hä? Wo war denn die blaue Perle? Wo war denn das ganze Zeug? Wo war denn die blaue Rüstung? Wo war denn das alles? Ich brauche einen Anwalt. Ich brauche einen Navigator. Ich brauche einen Tom-Tom. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Oder war das alles hier oben? Gott, waren wir denn überhaupt gestartet? Ja doch, genau. Das war da oben. Überall. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Äh. Äh. Da kommen wir gar nicht rein. Da kommen wir gar nicht weiter. Jetzt noch ein Secret angeblich. Ah. Yay. Secret 4. Noch ein Tor. Schau mal. Ach genau. Hier war das eine. Jawoll. Komm her. Relegiere mal die blaue Rüstung. Blaue Rüstung. Komm her. Dankeschön. So, das ist nur noch die blaue Perle. Da hatte ich gedacht, ist hier ein Weg. Jawoll. Wie offensichtlich war das denn bitte? Gut. Auf die restlichen Prinzipien jetzt scheiße ich einfach mal getrost. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg wirklich schnell wieder zurück nach Hause finden. Äh. Ich hab nur keine Ahnung, jetzt rennen wir die ganze Zeit zum Kreis, oder? Ja, wir rennen die ganze Zeit zum Kreis. Oh. 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 Wollte denn rechts bleiben. So verfinkeulte Maps ist ja... Hier wollte ich gerne noch rein. Nur die Frage ist wie. Ist das nicht ein Schalter oder sowas? Ach doch, hier. Ah, na schau mal in an. Yay. Das war ja nicht mein Secret. Das war nicht mein Secret. Selbstmord. So. Alter Schwede. Okay, das war mit 6. Und deswegen gibt es 6. Okay. Ich will schon mal schauen, schau mit V. Ne, war mit 5. Ha, schon wieder. Okay, schau mit V.